Aber das wird besser, also für uns, die wir arbeiten, das wird besser, dass wir in 7.000 Personen haben, dann haben wir in 2.000 Personen, wenn es 2.000 Personen gibt, manchmal, also 3.000 Personen gibt, also rechts, jetzt, wie wir in der anderen Seite. Sofja ist in der ersten Seite, das ist Volga, und du kannst ihnen sagen, dass es 2.000 Personen gibt. Also die erste und meine Schwester. Das ist Bruder und Schwester. Die erste und dann 4, das sind 2 Schwestern. Und die anderen, die sind von den Pyrenäen, und die sind ein bisschen dunkler. Grauli und Grosei, Grosei der 1. und Grauli der 1. die ist ein bisschen größer, das ist der einzige Mal auf den 4. und die erste und die Imagineer. Und die sind dann eine Frauli und Grosei. Und das ist natürlich, die Frauli, die sind nicht so viele. Ja, ja. Und Grauli, du kannst du nicht sagen, dass er nicht mehr als Junge haben könnte? Ja. Ja.